Das ist italienisch und bedeutet grüß dich. So, wie man sieht, ich bin ein Inder. Ja, ich habe die Nationalität gewechselt. Und noch was, was sehr wichtig ist für alle. Scheiß auf den Werwolf. Scheiß auf den Werwolf. Ja Mann, scheiß auf ihn. Ich will das Richtige tun, was ich schon lange hätte tun sollen. Ich will ein Vampir werden. Ja, ich habe es mir nochmal überlegt. Scheiß auf ihn. Scheiß auf den Werwolf. Keine Ahnung, wieso. Ich bin... Aha, guck da. Da hin. Aha. Oh. Okay. Das kann ich dann entfernen. Ja, ich will lieber als Vampir spielen. Ja. Und nun... Ich habe ein bisschen den Charakter verbessert. Ein bisschen. Nicht die Rede wert. Also denkt nicht, dass jetzt ein mega mächtiger König kommt. Noch nicht. Hallo, Britney. Britney. Ja, ich will ein Vampir sein. Genau. Ich habe mir einen Mod heruntergeladen, dass ich am Tag auch ohne Probleme Leben, Ausdauer und Konditionen regenerieren kann. Ich muss... Äh, halt. Oh, was ist das? Oh, scheiße. Kaum angefangen. Schon geht es los. Was ist das? Todeshund. Sauhund. Wenn soll ich töten? Keine Ahnung. Ich gucke zu. Liebe. Besser. Besser. Ah, die Hunde. Ach so. Die muss ich töten. Rotweiler. Ja. Seht ihr. Schon... Schon brutal. Kämpft. Kämpft. Hadjit. Land Hadjit. Ja, Hadjit sind die Ausländer in Sködenland. So, wo ist meine Waffe? Was? Kennt ihr nichts ohne mich, ha? Na? Oha. 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 So, tot. So. Gut, gut, gut. Es regnet. Was für ein Wunder. Wirklich. Seit einer Stunde bin ich den Charakter am verbessern. Es hat nicht einen Tropfen, habe ich gesehen. Kaum nehme ich auf und es regnet. Regne. Regne mehr. Kein Problem. Okay. Wie gesagt, ich bin ab jetzt ein Inder. Wie man sieht, mein Helm. Land zeigt mein Helm. Wenn das kein Inder ist, dann weiß ich auch nicht. Ich mag Inder. Die Frauen? Ja. Egal. Ähm. Oh, nirnwurz. Oh nein. Jetzt müssen wir dahin gehen. Tschüss. Tausend Kilometer. Naja. Ich denke, in diesem Part werden wir das sowieso nicht erreichen. Ja. Aber wer weiß, wer weiß. Konditionell sind wir nicht so, nicht so bekappt. Aber. Wir haben, wir haben Herz. Wie viel Kilo? Werden wir sehen. Werden wir sehen. Jango. Danke für den Host. Danke schön. Danke schön. Oh, was ist das? Ein Simba. Oder ist das ein Simbo? Egal was es ist. Es wird uns rasieren. Oh mein Gott. Oh nein. Atrona. Komm. Und hilf mir. So. Links. Schnell Heilung. Speichern. Und es kann losgehen. Oh nein. Ah ja. Das ist Simbo. Oha. Moruk. Was ist das denn? Hab ich vergessen? Oh. Atro mach etwas. So. Vielleicht kann ich ein bisschen. Oha. 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 Ich hab so viel Leben verbessert. Und guck mal. Wirklich. Soll ich weinen? Soll ich lachen? Ich weiß nicht. So. Bisschen Auge. Bisschen Blut. Ja eben. Also wegen Vampir. Ich habe es im Blut. Das ist das Problem. Wisst ihr? Werwolf ist auch nice. Aber. Vampir. Wir spielen auf Legende. Ich meine. Was soll ich da lieber denn? Oha. Wieso bin ich so langsam? Weißt du schon ein bisschen? Langsam ne? Oha. Noch einer. Oha. Doppeldocher. Wohnen die da? Auf dieser Strecke? Oder was ist los? Egal. Wo guckst du? Oh. Aha. Uff. 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 Seele. Aha. Seele bekommen. Nice. Hey. Genau. Genau. Einen Tag nicht gespielt. Und schon. Habe ich es vergessen. Dass ich mit Heilung. Kondition auch heilen kann. Das ist sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Warum Werwolf doch nicht so gut? Ja. Auf Legende ist Vampir schon besser. Definitiv. Magier sowieso. Ähm. Ja. Ich bin kein Experte was Grym angeht. Also falls jetzt jemand anderes was anderes behauptet. Keine Ahnung. Kann auch so sein. Aber. Gefällt mir einfach besser. Weißt du. Wenn ich schon aufnehme. Oha. Oha. Wenn ich schon aufnehme und auf YouTube hochlade dann. Wieso nicht als Vampir? Sieht. Sieht doch auch geil raus. Aber das Problem ist. Es ist ziemlich weit weg. Ja. Das ist bisschen das Problem. Aber wir haben jetzt Zeit. Also. Wir haben ja erst angefangen. Oha. Hat es geruckelt? Nö. Ich glaube nicht. Abilash. Danke für den Follow. Willkommen in der Hölle. Ja. Also. Vergiss nicht. Ich spiele auf legendär. Also. Erwartet nicht viel. Ja. Wir werden viel sterben. Und wenn. Wenn ich nicht sterbe. Dann töte ich mich selber. Das ist. Das ist legendär. So muss das sein. Das schreibt im Buch. Man muss das so spielen. Sonst. Das ist wie bei. Dark Souls. Es gibt eine Tradition. Bevor du anfängst. Tötest du dich. Sonst ist es nicht Dark Souls. Und in Skiru ist es auch so. Man muss. Bezahlen. Für etwas. Kaufst du oder nicht. Du musst bezahlen. Und wenn du bezahlt hast. Ja. Bezahlst du noch einmal. Und dann. Im ganzen Spiel bezahlst du. Ja. Es ist unglaublich. Es ist wie eine Rechnung. Oha. So. Gul'dun Felsen entdeckt. Also. Jetzt nimmt mich das mal Wunder. Wie schnell ich sterbe. Habt ihr Käse? Alles aufgegessen? Überlebe ich das? Oder sterbe ich? Oder sterbe ich? Ich habe eh gespeichert. Oha. Bin ich getroffen? Ja. Ach. Fall laut. Fall laut. Kind. Ja dann. Scheiß auf die. Wir haben keine Zeit. Wir haben 1000 Kilometer zu. Oha. Nord. Stiefel. Alles mitnehmen. Ist das Käse? Riesenkäse. Normal. Aber ich finde, sie haben den falschen Namen. Bigfoot wäre besser. Würde mehr passen. Ähm. Nun. Soll ich wieder klettern? Nein. Lieber nicht. Oh Gott. Was ist da unten? Sterbe ich, wenn ich da runterspringe? Nein. Ei, ei, ei. Oha. Okay. Überlegt. Ja. Wir gehen Richtung Osten. Osten. Genau. Nach Russland. Rascher. Nein. Nein. Wir wollen ja Vampir werden. Ich kann es kaum erwarten, den Halkon zu sehen. Den Tom Cruise unter den Vampiren. Aluvra. Willkommen. Kam meine Nachricht nicht an. Wo? Nein. Wo? Wo? Hallo Solidus. Wo hast du mir eine Nachricht geschickt? Ich habe nichts bekommen. Manfred. Hallo Manfred. Mani. Hallo Mani. Kennt ihr den? Mani. Oder wie macht er das? Warte. Ich konnte es früher. Na egal. Otto. Otto hat das gemacht. Ich mag Otto. Als ich klein war. Habe ich immer Otto geschaut. Otto. Wie heißt er noch? Nicht den Trainer. Otto Rehhagel. Grab entdeckt. Oha. Oha. Otto etwas. Den Komiker. Den Deutschen. Nein. Er ist eigentlich Schweizer glaube ich. Kann das sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Holst hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist da? Ja ich könnte natürlich jetzt auch alles erkunden. Während dem. Während auf dem. Dass wir auf dem Weg sind. Aber ich könnte auch direkt. Oha. Oh bei Kühle. Habt ihr mich erschreckt? Und du mich auch? Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum. Also passt auf euch auf. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel was er mit meinen toten Verwandten anstellt? Oha. Ne. Hab ich nicht gesehen. Wer ist in dem Grab? Als wäre. Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm. Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Ja. Er ist da rein um unsere Familien Gruft. Genau. Manfred. Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen toten Beschwörungen missbrauchen. Meine Tante ist ihm hinein gefolgt. Aber sie ist nicht wieder rausgekommen. Und ich glaube nicht, dass ich allein mit ihm fertig werde. Ihr lasst eure Tante dort allein hingehen? Ach. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Ich habe schreckliche Angst vor diesem Ort. Und das weiß Agner auch. Mein Vater hat mich im Vollrausch dort eingesperrt, als er uns verlassen hat. Ich war drei Tage da drin und habe mich von den Opfergaben für die Toten ernährt. Bis Tante Agner mich fand. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Solidus. Wie lange? Nur Gott weiß das. Nein. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Ich denke schon ein paar Stündchen schon. Also. schon länger. Hoffentlich. Falls ich mag. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drin. Dann könnt ihr voraus gehen. Ja. Ich mag den auch. Otto Walkes. Genau. So heißt er. Darf ich das klauen? Oder? Nein. Ist umsonst. Dann lass es. Dann brauchst du es nicht. Wenn es umsonst ist, dann... Nein. Natürlich. Okay. Musamvita. So. Jetzt ernst. Wieso gehe ich da rein? Eieieiei. Okay. Ist ja auf dem Weg. Goldier. Oha. Goldier. Wir sind schon Freunde, ne? Okay. Dann. Muss ich das überleben? Oha. Draugr. Der Drögler. Nein, nein. Natürlich nicht. Aha. Jetzt geht's los. Okay. Nun. Es geht los. Viel Glück. Wünsche ich mir. Hey. Dieser Scheiß. Ups. Okay. Kämpft. Kämpft weiter. Ich gucke mal, was da so ist. Oha. Gut, dass ich nicht reingesprungen bin. Was? Nur eine Falle? Oha. Lass mich doch auch mal schlagen. Ich hasse das. Oha. Seele gefangen. Genug? Wieso redet der doch auf einmal? So. Alles mitnehmen. Alles oder nix. Seelenstein. Oh. Halluvra. Damit du fragen kannst. Das ist... Das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Überraschung. Das ist eine Überraschung. Oha. Äpfel. Ich mag keine Äpfel. Egal. Aha. Guck mal. Der wartet schon auf uns. Die Gegner sind so brutal in diesem Spiel. Alles Knochen. Soll ich ganz runter oder? Nein. Was ist das? Aha. Eine Trull. Oha. Das kann nicht gut gehen. Ich erwarte einen bösen, bösen, bösen... Ah. Gut. Alles gut. Ja. Wir wollten Werdwolf werden, aber ich habe es mir anders überlegt. Ich meine, ich habe es nicht im Blut. Ich bin ein Vampir. Ja. Dann kann ich besser schlafen. So. Okay. Gut. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, solange ihr mir helft, wahlslos zu werden. Deine Familie wohnt hier? Wie viel bezahlst du pro Monat? Miete. Ah. Scheiße. Huliker. Droger. Droger. Aha. Ey. Der so wild zu kämpfen, er lässt mich ja gar nicht. Ruheloser Droger. Einmal ich, einmal du. Bester Mann. Als Inder sehe ich aber schon gut aus, ne? Ah. Okay. Was ist das? Käse? Kämpft weiter. Oh, Gorgonzola. Knoblauch. Ups. Was ist das? Auf dem Boden. Lachs. Oh. Das Teure in der Scheiß. Lachs Schlachter. Kämpft weiter. Ich vertraue euch. Ich bin am Einkaufen. Brot für die Kinder. Ähm. Knobli. Knochenmehl. Seid ihr noch nicht fertig? Aha. Da ist er schon. Ey guck. Der ist auch schon tot. Atro. Wen greifst du überhaupt an? Wow. Er stirbt ja. Oh, Entschuldigung. Ja, wenn du im Weg stehst, Moro. Was soll ich tun? What's going on? Kann ich vielleicht mal ein bisschen Beschwörung verbessern? Ja. Bizzili, Bizzili. Nur Bizzili, Bizzili. Ich meine, wir spielen auch legendär. Ich muss vorbereitet sein für das Schlimmste. Versteht sich? Was ist das? Alter. Wieder eine Stunde für einen Gegner. Bitte nicht. Bitte nicht. Leute, falls euch meine Videos gefallen, liked es auf YouTube. Falls nicht, liked es nicht. Disliked es. Ja. Nicht vergessen. Was? Hallo. Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen rein? Oh, ist das deine Frau? Scheiße. Ich habe ihr Kleider mitgenommen. Ah nicht? Ah gut. Die Tür verriegelt. Nur die Götter wissen, was er da drinnen mit den Leichen meiner Ahnen anstellt. Mit deinen Ahnen? Ich habe mir einmal erzählt, dass es weiter hinten einen geheimen Raum gibt, wo in Ungnade gefallene Mitglieder der Familie begraben wurden. Vielleicht kommen wir so in die Hauptkammer. Hermoso Ivan. Danke für den Host. Danke schön. Danke, Bruder. Leute, Hermoso Ivan, 70. Er streamt auch. Schaut bei ihm auch vorbei. Er ist auch aus der Schweiz. Sykrim Spieler. Sykrim auch gut voran. Aber voran zwar langsam, aber lass mir auch Zeit mit dem Spiel. Ja, so ist das ich auch. Voll. Ich auch wirklich. Wie man sieht. Macht es euch nichts aus, dass ihr eure Vorfahren töten? Nicht, keine Werbung bitte. Ich darf das nicht zeigen. Außer sie bezahlen Geld. Ich sage es euch, wenn sie bezahlen Geld. Warte, ich mache es so, damit niemand sieht. Ups. Ah, guck. Da ist auch. Ups. Oha. Das muss ich auch zu machen. Adidas bezahlt mir auch kein Geld. Ich lasst eure Tante. Tante? Puh. Schäfelini. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Ich habe schreckliche Angst vor diesem Ort. Trögelehr. Das war Agner. Mein Vater hat mich im Vollrausch dort... ...eine Stadt, die uns verlassen hat. Ich war drei Tage da drin und habe mich von den Opfergaben für die Toten ernährt. Bis Tante Agner mich... Was? Wer ist Agner? Maruk, bitte. Tu nicht so. Wo finde ich diese Geheimtür? Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir in der Nähe sind. Let's do it. Warte. Let's do it. Okay. Dieser dunkle Elf ist bald ein toter Elf. Ja. Zum Glück bin ich kein Elf. Ich hasse Elfen. Nicht, weil sie dunkel sind. Ich bin kein Rassist. Ich liebe Afrikaner. Ich war mal früher. Egal. Holstür. Warte. Komm ich... Komm wir da... Morug macht Platz. Tu nicht so breit. Diese Tür ist... Ach. Einmal geschlossen. Überall geschlossen. Wieso lebe ich überhaupt? Oh mein Gott. Ich habe nicht gespeichert. Seit 40 Sekunden. Oh. Das war... Also wirklich. Zum Glück gibt es kein Fenster. Ich würde... Ich hätte... Ich werde rausgesprungen. Ey. Überall Pilze. Was ist los? Boah. Der Dröggler ist reingelaufen. Also... Dröggler meine ich natürlich Apotheke. Nicht Drogen. Was ist Drogen? Bitte. Okay. Gib ihm. Boah. Ismir? Das ist eine Stadt in der Türkei. Kämpft weiter. Ich vertraue euch. Ey. So geil. Wenn die Gegner nicht... Zu stark sind. Dann macht das Spiel wirklich Spaß. Kann man es gerne haben. Und lieben. Und zerdrücken und so. Aber manchmal... Da... Stresst es ein bisschen. Morok... Wenn... 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 Ich sehe nicht mal richtig... Wenn ich schlagen soll. Oha. Da. Okay. Der... Stirb Morok. Stirb! Wow. Wie viel Leben der hat. Respekt. Oha. Stirb. Ein bisschen Mehl. Ein bisschen die Knochen. So. Dann. Goldir. Ein bisschen aufpassen. Ich meine nicht, dass du mich triffst. Oha. Oha. Okay. Da ist nichts. Oh. Was ist das? Ach. Bitte. Acht Gold. Acht Euro. Ein Kebab. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wann hast du... Wann hast du das... Wann hast du das probiert? Äh... Also... Oha. Oha. Der sieht breit aus. Breitling. Okay. Zu breit. Zu breit ist auch nicht gut. Ja. Bissili. Bissili. So. Also... Magier ist gut. Wenn man es kann. Also nicht, dass du es nicht kannst. Aber... Mann ist äh... schon stärker. Definitiv. Mann. Oha. Heute um 16 Uhr. Oha. Echt? Ah, du... Du hast aufgehört jetzt mit... mit Skyrim. Guck, das ist dein... Opa. Goldier. Goldier. Goalie. Lahn, wie viel Leben hat er? Der. Oh mein Gott, ein Treffer. Guck mal, wie viel Schaden hat er gemacht. Oha. Ich bin so froh, dass ich nicht alleine bin. Geben. Oha. Ja, meine Rüstung sieht beschissen aus, aber... Don't Panic, this is Turkish Technology. Ich werde die Geiselrüstung finden, wenn es sie gibt, dann, dann gute Nacht, dann werden wir das anziehen. Einhändig 63, ich brauche mehr. Oha, Atro, Atro, kann ich dich beschwören, noch nicht? Wieso dauert das so lange immer? Kämpfe weiter, Golly! Oha, Atro, oh mein Gott, okay, so jetzt, jetzt, jetzt kann ich kämpfen, oh scheiße, oh scheiße, geh weg, Hilfe, aha, das ist Atro, oh, ein bisschen Panik bekommen, oh, shit, kein Problem, alles unter Kontrolle. Oha, ich kann euch nicht besiegen. Puh, schäm dich. Wie bist du gestorben? Ja, meine Rüstung ist scheiße, deswegen, alles ist scheiße, Waffe ist scheiße, alles, er will. Hey, ich bin, ich bin eingesperrt, Hilfe, oh nein, bitte nicht. So, jetzt könnt ihr kommen, ich ziehe die Steinhaut, so, oh, oh, jetzt bin ich aggressiv. Er macht einen Schritt nach hinten. Puh, wieso machst du, guck, 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 was ist das? Wieso macht er einen Schritt nach hinten? Egal. Oha, Haiwan, wie viel macht der Schaden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, scheiße, ich hab, ja, ich hab vergessen, wie schön das Spiel ist. Oh, fuck, Hilfe. Okay. Was ist das denn, mein Gott? Was ist das für eine Mission wieder? Psychopathen-Mission. Morug, wieso machst du so viel Schaden? Wer bist du, hä? Wer bist du? Wer ist dein Vater? Ein Bekannter, wie es aussieht. Oha. Oh, oh, nein, nicht der, der ist sicher stark und ich bin tot. Bin ich tot? Ja. Eins, zwei, drei, tot. Finish. Männergrippe, was ist das, Männergrippe? Oh Gott, Zaubertrank. Ey, wirklich, das ist so stressig, wenn man irgendwie so schnell stirbt. Ich verstehe das nicht, diese... Ja, genau deswegen. Genau deswegen stirbt man so schnell. So. Aha, jetzt. Oha, gut, er ist tot. Er ist mal tot. Halleluja, danke Gott. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss, wie viele? Der bleibt Atro nach, der ist wieder weg. Aber er bleibt zehn Sekunden, der tanzt ein bisschen, so, ja, und dann, äh, es geht weiter für ihn. Also, boah. Ist das ein Weibchen? Männchen? Keine Ahnung. Jetzt gibt es mir Antwort. Sag es mir. Wenn du willst, bin ich eine Frau. Wenn du willst, bin ich ein Mann. Guck mal. Alter, du schlägst mich? Oh mein Gott. Psychopath. Oh, 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 pass auf. Ei, ei, ei. Schrift, nein. Zauber. Ich brauche Heilung. Beides. Nimm alles. Nimm alles. Nimm sie alle. Oha. Ey, geh mal weg. Ey, wo ist der Morug? Oh nein. Oh, scheiße. Hallo, Raph. Wie geht's, Bruder? Hallo. Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nicht. Tut mir leid. Gib alles. Gib alles. Ich muss in der Nähe bleiben bei dem. Der ist mega stark. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Mann. Ich weiß. Sorry. Nicht extra. Oh, Mann. Mann. Ja. Die Zeit ist eigentlich um, aber ich mache noch ein bisschen weiter. Wir sind am Aufnehmen für YouTube, Leute. Deswegen. Aber ich will hier nicht abbrechen. Guck mal. Dieser Haiwan hat so viel Leben. Oh, nein. Also, ich muss die Einzelnen bekämpfen. Aber der hat so viel Leben. Wie soll ich den töten? Der ist ein Fenner. Ich habe eine Idee. Wie immer. Meine Ideen sind bekannt. Meine Ideen sind bekannt. Oh, mein Gott. Der macht echt extrem Schaden. Hey. Wieso versteckt er sich? Oha. Geh kämpfen, Mann. Das sind deine Vorfahren. Nicht meine. Das ist das alles, was ihr könnt. So. Okay. Jetzt mal speichern. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Oh. Okay. Jetzt wird es eng. Jetzt wird es eng. Jetzt wird es eng. Nein. Nicht da lang. Ich bin gesprungen und er trifft mich. Hammer, ne? Das ist brutal. Guck mal, wo es gespeichert hat. Wieso macht er solche Sachen? Wieso macht das Spiel solche Sachen? Das hast du nicht nötig. Mir das Spiel zu erschweren. Es ist genug schwer. Keine Sorge. Kann ich warten hier? Nein. Scheiße. Hammer. Ich kann nicht. Aha. Ich kann. Gut. Ich hoffe, er lebt noch. So. Steinhaut noch nehmen. Und dann. Let's do it. Aha. Der hat auch nicht mehr so viel Leben. Das ist auch gut. Oh mein Gott. Mir kommen die Tränen. Er ist tot. Der Droger. Droger. Kämpft weiter. Kämpft. Kämpft. Aha. Aha. Geh zurück. Murk. Was ist passiert? Gib mal weg. Gib mal weg. Ich sterbe. Oh mein Gott. Hallo. Time. Willkommen. Ich bin eine Legende. Und deswegen kann ich den töten. Ja. Gib alles. Ja, ja. Die töten ihn schon noch. Gib ihm. Okay. Okay. Genug. Gib ihm nicht viel. Sonst hat er genug. Oh. Links. Gott. 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 Ja, deine Vorfahren sind wirklich. Nervige Kerlchen. Oh. Shit. So, kann ich hier warten. Eine Stunde wieder. Ein bisschen weiter weg. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Kein Problem. Leert. So, er ist schon da. Wow. Okay. Hey. Ein, zwei Treffer und ich bin fast tot. Bitte, Mann. Was ist los? Scheiße. Aha. Jetzt. Jetzt habe ich dich. Du Sauhund. Er liebt die Herausforderung. Na, liebst du es? Dann kämpfe weiter. Wen hast du hier getötet? Hä? Da hat er doch hier noch jemand getötet. Okay. Komisch. Na dann. Geht's weiter. Komm, komm. Deine Familie müssen wir noch rasieren. Aber das im nächsten Part. Ladies and gentlemen. Like this oder dislike this. Ihr habt die Wahl auf YouTube. Und viel Spaß. Bis dann.